Ich bin die Belinda. Ich bin seit 2012 ins Yoga gekommen und dann habe ich mit Shif Yog begonnen, die Mantra-Meditationen zu machen, Durga Sabta Shati und ich habe immer nach was gesucht, ich habe nach Hilfe gesucht in meinem Leben. Ich habe immer etwas gesucht, das mir helfen kann. Ich habe das jetzt gefunden und es ist mir so eine große Hilfe in meinem Leben und es hat so viel verändert, so viele positive Dinge in meinem Leben gebracht. Ich habe so viele Geschenke. Mein Shif Yog ist ein Geschenk für mich und ich habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, habe Harmonium gelernt und ich singe gern. Ich singe Mantras mit dem Harmonium und bin eigentlich jetzt auf einem guten Weg und fühle glücklicher als vorher. Danke Babaji. Namah Shivaya.